. Ja, liebe Zuschauer, mit 10 zu 0 geht der Herr der Köringer hier in Führung. Und das war die erste 2, jetzt wird er vielleicht wach. Was machst du da, ey? Ja, liebe Zuschauer, mit der Köringer hier in Führung. Und wieder eine 2 für Blau, somit klare Führung 7 zu 4. Ja, liebe Zuschauer, mit der Köringer hier in Führung. Ja, liebe Zuschauer, mit der Köringer hier in Führung. Ja, liebe Zuschauer, mit der Köringer hier in Führung. Das war zum Schluss noch eine Zwei, aber zuerst... Und nochmal eine Zwei für Blau. Zieh ihn links auf! Zieh ihn links zurück! Ja, und das war eine weitere Zwei. Und noch eine Zweierwertung. Wunderbar! Vier Punkte! Somit verkürzt der Krehau. Nur noch 15! Ja, und da war wieder eine Zwei für Blau. So, das ist jetzt eine Verwarnung gegen Rot wegen Schuhe. Schlürsenkel schließen. Ja, ja! Ja, ja! Ja, ja! Ja, ja! Ja, ja! Das ist keine Verwarnung, sondern neue Strafgruppe. Das ist eine Verwarnung! Ja, ja! 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 Du hast keine Zeit mehr, du musst anreißen und wachst du, doch geht an! Ja, liebe Zuschauer, ich glaube, der spannendste Kampf heute Abend, 14 zu 14, der Endsturm entstand und in der letzten Sekunde die Zweierwertung von Eckrem. Super, 1 zu 0, Bundesieger für Eckrem und somit 20 zu 5.